Hallo und herzlich willkommen zur Reihe Buchtipps für Bücherwürmer und Leseratten. Heute habe ich ein Buch mitgebracht, das hebt sich aus der Masse ab, ein sehr stilles Bilderbuch aus dem Jumbo Verlag. Ein Kind steht vor dem Fenster und sieht die Jahreszeiten an sich vorüberziehen. Es hört Erinnerungen, die auf dem Gehweg ausgestreut werden, träumt sich selbst davon in unbekannte Welten und nimmt wahr, wie sich die Welt verändert. Zarte poetische Texte begleiten die Illustrationen. Ein außergewöhnliches Bilderbuch, ich empfehle es für Kinder ab fünf Jahren. Natürlich kann dieses Bilderbuch ausgeliehen werden in der Stadtbücherei Geisling. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Buchtipps für Bücherwürmer und Leseratten. Tschüss! Buchtipps für Bücherwürmer und Leseratten.